...gehalten und festgehalten. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und er trifft! Ein ganz, ganz wichtiges Ausgleichstor. Denn jetzt sind sie wieder im Rennen um den Aufstieg. Was macht er denn da? Oh, jetzt will er im Boden versinken. Und genau in der Situation wirst du da draußen als Trainer bekannt.